Mit dem Ego-Management sozusagen der einzelnen Teammitglieder finde ich auch passend zu dem Konzept, das wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben, was auch so eine Führungsverständnisgeschichte ist, nämlich, dass ich als Führungskraft nicht vorne stehe und alle mitziehe, sondern die Idee ist, dass ich hinten stehe und mein gesamtes Team und alle Mitarbeitenden halt pushen kann, damit sie so gut wie möglich selbst werden und performen können. Und dementsprechend, wie du es ja schon gesagt hast, das ist ja nur eine Kommunikationsfrage, also ich kann ja genau bei den Dingen auch hergehen und so drüber reden, dass ich sage, du möchtest besser werden, du möchtest das und das erreichen, ich bin dafür da, dass ich dich dabei unterstütze. Das ist meine Aufgabe, dass du so gut wie möglich performen kannst, lass uns das gemeinsam machen. Das ist das Feedback, was ich habe, denk drüber nach, versuch das so einzubauen, dann komm nochmal zurück, dann schauen wir, wie du dich entwickelt hast. Und das ist unser gemeinsames Ziel, du möchtest besser werden. Das heißt, da kann man auch das wieder mit entsprechender Kommunikation abfangen, vielleicht bedenken, wie du gesagt hast, die man natürlich nachvollziehen kann, gerade sowohl als neue Führungskraft als auch als neues Teammitglied. Wenn ich eine neue Aufgabe bekomme, dann will man natürlich erst recht so, ah, ich möchte gut performen und ich möchte das wirklich toll machen. Genau da muss man das Ganze abfangen und unterstützend wirken, indem man sagt, ja, wir wissen alle, du möchtest einen guten Job machen. Und unsere gemeinsame Aufgabe wird jetzt sein, herauszufinden, wie du dorthin kommst, zu diesem bestmöglichen Job. Und das geht nur, wenn wir das schön irgendwie offen darüber kommunizieren, wo hast du Schwierigkeiten, wo brauchst du mehr Unterstützung, wo brauchst du weniger Unterstützung. Wie du es jetzt gesagt hast, wie schätzt du den Arbeitsaufwand ein, wie oft sollten wir vielleicht Feedback machen. Also das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, dass das nur in der Zusammenarbeit funktioniert. Also gerade als neue Führungskraft, das haben wir auch schon oft genug gesagt, es ist unrealistisch und es ist auch unmöglich und das sollte man auch von sich selbst nicht verlangen, dass man ein Team bekommt und dann alles weiß, alles über das Team, jedes Teammitglied, alle Prozesse, alle Strukturen, dass man die sofort weiß. Nicht mal, wenn man aufsteigt aus dem Team in eine Führungsposition, ist das eine realistische Erwartung, weil man vorher nur vielleicht in dem einen Teamabteil war und nicht den Gesamtüberblick hatte, wie du es auch gesagt hast. Als Führungskraft hat man immer einen anderen Blick, eine andere Ebene. Das heißt, das ist etwas, wo man sich gemeinsam heranarbeiten muss. Da muss man halt dann auch da vielleicht wieder quasi sein Ego so ein bisschen auf die Seite legen und sagen, ja, ich möchte eine gute Führungskraft werden, du möchtest deine Arbeit gut machen in dem Team, dann lass uns das gemeinsam rangehen, wie wir uns da entwickeln können. Und was ich bräuchte ist, die Infos, die Infos, die Infos zu deinen Auslastungen, zu deinen Arbeitsprozessen, wie oft brauchst du Feedback, wie kommunizierst du, dann kann ich mein Feedback entsprechend anpassen, wenn du dann das nächste Mal kommst. Das heißt, das ist etwas, das muss man gemeinsam machen, weil beide nur einen bestimmten Blick mitbringen.